Hallo Freunde! Ja, ich melde mich auch mal wieder. Ich habe mir gedacht, ich filme dieses Wochenende mal wieder ein bisschen. Wir haben jetzt Fußball. Später machen wir noch ein kleines FIFA-Turnier mit der Mannschaft nach dem Spiel. Gewinnen wir hoffentlich. Ja, Sonntag spielen wir auch wieder. Wird wieder sehr sportlastig. Naja, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So Freunde, das Spiel beendet. 3 zu 1 gewonnen. Jetzt ab zur dritten Halbzeit. Die Tasche ist im Auto verstanden. Und jetzt geht's ab zum Spiel gegen Ebershausen. Derby. Derby mit 2 zu 0 gewonnen. Läuft's! Ja, Freunde, nicht nur auf dem Platz geht's heiß her, sondern auch hier in der Grillhütte. Gehört aber auch dazu zum Vereinsleben. Musik Ja, der Tag. Und das Wochenende neigt sich nun langsam dem Ende zu. Sind jetzt noch ein bisschen am Sportplatz. Sind auch nach Augsburg fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt melde ich mich doch noch mal spontan hier aus dem Schnitt. Als ich in Augsburg angekommen bin, bin ich noch kurz einmal über den Plärer gelaufen. War auch der letzte Tag. Ja, jetzt schneide ich es fertig. Lade es hoch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.